Ja hallo ihr Lieben, zurück zu einer neuen Folge von The Sims 4. Und mir ist was aufgefallen, wir haben hier überhaupt gar keine Stereoanlage, ne? Die wollte ich auch mal ganz kurz. Warte mal, Elektronik. Kommt der hier hinten hin? Sind wir die hier? Oder die hier? Guck mal. Move-Objekt. On. Genau. Und dann einfach mal so. Ja gut. Und dann machen wir jetzt mal eine Hochzeitstorte. Mach das mal. Weil, wir wollten ja vielleicht in dieser Folge noch heiraten. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Was machst du denn da? Äh. Äh. Korrekte, ja gut, mach du, mach du. Wenn du meinst. So. Mal gucken, was da alles so zu entdecken gibt. Und vorher gehst du auch nochmal aufs Klo. Auf die Toilette. Auf die Toilette. Oh! Du gehst auch benutzen und. Hast du. Den Kuchen. Wo ist der Kuchen? Äh. Äh. Ähm. Ähm. Huchst du's von der Ruhe? Runter? Nee. Was tust du da? Muss ich jetzt nicht verstehen. Du wirst du gar nicht benutzen. Was tust du auch mal? Du auch nicht? Können die da nicht ran? Die können da ran. Ich. Ja, gut. Versteh jetzt irgendwie nicht. Na, auf dem Abend ist sowieso schön, dass zu heiraten. Und ich bin gespannt, was die Hochzeitsnacht alles so bringt. Benutzen und wenn sie dafür nicht zu müde ist nachher. So. So. Dann kannst du hier schon mal... Oh, äh. Oh nein, ja, gerne. Äh, Hochzeit? Wow, tausend Immolions. Ganz schön teuer hier. Gast. Na, nimm mal irgendwelche ein. Komm. Nächster. Gibt's nicht. Gut. Park. Wasserpark. Magnolienbütenpark. Genau, da wollen wir heiraten. Das Geld haben sie uns schon abgezogen? Ja. Aber gut. Mit dem Geld sind sie immer sehr schnell. Und... Kriegen sie denn. So. Dann werden sie jetzt heiraten. Und... Kleine, süße Babys bekommen. Zeige, jetzt haben wir ja. Ich hab nur den MC-Mod drinne. Wenn wir Pech haben, könnte es auch Sexlinge werden. Aber... Dann wird Zeit für ein großes Haus. Ähm... Hier liegt Schnee. Wir heiraten im Schnee. Aber gut. Auch romantisch. Aber... Nee. Ihr zieht nur euer... Sachen, die ich euch gegeben hab. Guck mal. Ich hab euch ja extra so schön. Sind das nicht zwei süße... Turtel-Täubchen. Äh... Nickerchen machen. Nein. Drei Stunden mit Gäste reden. Wo haben wir denn hier Gäste? So viel. Du machst mal hier Personal einstellen kurz. Mixer. Und... rösten... Rösten... Criken recht. Mal operieren... Beöker. Ich hab die Person allen schlimmen. Ar congratulate mal creche... Und wenn keineParkjawor hatalk intensiv, Und Dios ausplisieren. Willkommen dann. Ein bisschen frisch. Eine Sampe, die H díasairesBox- Warte mal, hier ist ja auch der Kuchen. Den müssen wir gleich noch aufstellen. So. Getränk bestellen. Bestell dir mal Zuckerzunder. Schmeicheln. So, das hat schon gereicht. Ich denke, gehst du hier auch mal ein Getränk bestellen. Saft und so. Hoffentlich verschläfst du jetzt in ihrer Hochzeitsnacht. Weil ich glaube, bis dahin ist er komplett müde. Na ja, müde. So. Kriegst du auch noch ein Getränk? Ja, kriegst du. Wir lobt und miteinander flirten lassen. Können sie es zwischen durch auch machen. Flirten. 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 Ja. Flirten. 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 aber trinken ja gut. Dann musst du mal kurz Essen servieren, alles servieren, genau. Oh Gott, sie ist sehr müde. Ich glaube, Bill machen Hochzeit, Nacht wird nix, aber... Gut, das kann man auch noch den nächsten Tag machen. Hochzeitsverziehungen zu führen. Und Luke Winter heiraten. Dann, äh, ja, heiratet mal. Christina Winter. Nee, ihr sollt heiraten. Eine Heirat im Schnee. Ist das nicht romantisch? Ach, auch nicht. Oh! Oh Gott, das süß! Oh Gott, das süß! Wie romantisch! Wie romantisch! Ja, aber sie wohnen ja schon zusammen. So, und jetzt mal Hochzeitstörte anschneiden. Schneide mal das erste Stückchen an. Oh nein! 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 Ach, wie süß! Oh nein! So, dann nehmen Sie dir auch ein Stückchen Hochzeitstorte. Das heißt, Torte. Aber ihr Lieben, dann geht's ab hier in der nächsten Folge weiter. Bis dann, macht euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.